Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Ankündigung. Ich bin mittlerweile wieder da von der Drachenzwinger Convention und wollte euch nicht nur jetzt das wissen lassen, dass ich wieder da bin, das kann euch ja herzlich egal sein. Ne, ich wollte euch eigentlich eine ganz andere Sache mitteilen, weil, ja, ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr seit Anfang an dabei seid, dass mir mal der ein oder andere Spieler weggebrochen ist, aus den ein oder anderen Gründen, ob das dann Charaktertot war oder das Aufhören vom Spielen. Es ist mal wieder so weit und dadurch, dass es dann eben einen sehr langjährigen Helden betrifft, teile ich das einfach mal so mit und lasse ihn nicht einfach so aussteigen. Ragnar, also der gute Bartholomeus, wie er bei uns im Forum heißt, hat sich dazu entschieden, dass er real life ein halbes Jahr, so steht das zumindest gerade im Raum, ein halbes Jahr in Thailand verbringen wird, beziehungsweise irgendwo da im asiatischen Raum, kann auch sein, dass er eine Rucksack-Tour macht und dann in anderen Ländern noch unterwegs ist, aber auf alle Fälle wird er gemeinsam mit einem anderen Freund da dann ein halbes Jahr weg sein. Und deswegen werde ich seinen Helden jetzt an dieser Stelle ausgliedern, aus dieser Kampagne, das heißt, ich lasse ihn jetzt aktuell, wenn ihr die aktuellen Folgen gesehen habt, in diesem Lager zurück, in diesem Lager lasse ich ihn zurück und da kann er dann auskurieren, seine Krankheit und wenn Ragnar, beziehungsweise Bartholomeus als Spieler, dann in einem halben Jahr wieder da ist und er immer noch Lust hat, dann werde ich ihn selbstverständlich wieder gerne integrieren in diese Runde. Also ich wollte jetzt seinen Charakter nicht sinnlos töten, deswegen habe ich ihn da jetzt ausgegliedert, wundet euch da bitte nicht, keine Sorge, er kommt wieder, wir haben keinen Streit oder sowas. Er ist viel zu lustig. Aber das ist so eben der Grund, warum er in den letzten paar Folgen nicht dabei war, zum einen, weil er halt viel mit seiner Familie noch klären muss und zum anderen, weil er halt demnächst sowieso gar nicht mehr in Deutschland ist. Und ja, im Internet kann man zwar dann auch mit mehreren Kilometern versetzt miteinander spielen, aber das, was das eigentliche Problem sein wird, ist nicht unbedingt das Internet, sondern die Zeitverschiebung. Wenn ihr euch das mal anguckt, Deutschland, wir spielen jetzt hier auf dem Sonntag um 17 Uhr und dann bis 22 Uhr. Ja, guckt euch das wie gesagt für Thailand an, dementsprechend wird er dann nicht morgens früh aufstehen, um dann, naja, weiß ich nicht, spätabends in der Nacht, so um 3, um 4, um 5 Uhr morgens mit DSA mit uns spielen. Das ist das Schwachsinn. Also wie gesagt, er kommt wieder. Dann noch was anderes, was ich in diese Ankündigung reinpacke, und zwar die verschiedenen Systeme. Ich habe auf der Drachenswinger Convention noch ein paar neue kennengelernt. Die waren ganz lustig, da werde ich vielleicht auch noch mal was zu bringen, muss ich mal gucken. Aber ja, ihr hattet ja unter das Video noch ein paar Kommentare geschrieben, auf die ich jetzt eingehen möchte. wenn ich das nicht schon getan habe. Genau, das Ankündigungsvideo Nummer 5 war das. Drachenswinger Convention 2017. Schreibt da gerne noch weitere Kommentare drunter, wenn ihr wollt. Das lese ich natürlich. Aber da ging es dann auch um die Frage, welche neuen Systeme wollt ihr hier sehen? Hummel hat gefragt, was mit dem Game of Thrones Projekt geworden ist. Da habe ich ja bisher eine Runde erzählt und den Hausbau hochgeladen. Ich habe mittlerweile auch schon mehrere andere Runden gespielt. Da haben wir aber eher sowas getestet. Wie funktioniert das Spiel? Das waren keine Hausregeln, die wir da ausgetestet haben. Wir haben jetzt einfach wirklich nach Buch gespielt und haben da einige Schwachstellen gefunden, die wir mit Hausregeln noch ergänzen müssen. Und das wird jetzt in den nächsten paar Tagen und Wochen passieren. Es kann einfach nicht sein, dass ein 80-jähriger Opi einen mehreren Meter hohen Turm, einen Wachturm, hinauf rennt. Also die Kletternprobe ist einfach unglaublich gut gekrittet. Und das wirkt sich einfach darauf aus, dass er nicht hoch rennt oder hoch fliegt, aber erst innerhalb von wenigen Sekunden ist er halt diesen Turbo gegangen. Oder dass der neunjährige Junge, der mit einem Dolch einen Ritter abwirft, weins wegen Jaime Lannister, wenn da so ein neunjähriger Bengel in der Gasterfolie steht und der hat seine Dolch-Skill ein bisschen erhöht, dann kann der Jaime Lannister mit einem einzigen Wurf in seiner schwersten Ritterrüstung töten. Der explodiert quasi, so viele Schadenspunkte bekommt er. Das haben wir halt ausgetestet, wir haben es gesehen, eine Schwachstelle erkannt und die muss jetzt eben nochmal mit Hausregeln bekämpft werden und wir müssen da das ein oder andere an Feintuning noch leisten. Aber dann wird auch Game of Thrones weiterkommen. Also da keine Sorge, Ed Hommel. Ja, Benny Ray hatte gefragt, wie sieht es aus mit Splittermond? Ich habe hier ein, zwei Bücher drin stehen. Ich habe es auch schon gespielt. Ich finde es unglaublich geil. Das Tick-System ist ziemlich cool, ziemlich schnell und da wird es auch noch was zu geben. Ich habe hier die Hexenkönigin oder wie man sagen würde im hessischen Raum die Hessenkönigin. Wobei ich nicht aus Hessen komme, deswegen ist es egal, es ist eher Insider. Und das Krähenwasser ist das, glaube ich. Also da muss ich mal gucken, welches von beiden ich erzähle. Ich glaube, das Krähenwasser ist, glaube ich, ganz cool. Das habe ich mir schon mal angeguckt. Und von der Hexenkönigin habe ich viel Gutes gehört, aber das ist wohl auch sehr lang. Genau, Star Wars hatte ich hier auch noch rumstehen. Sven hatte sich gewünscht die Genesis. Da weiß ich leider noch gar nichts zu, aber das gucke ich mir mal an. Da bin ich leider noch ein sehr unbeschriebenes Blatt, aber wie gesagt, das gucke ich mir an und dann wird es vielleicht hier auch die Genesis geben. Ja, ansonsten, wie gesagt, lasst weitere Kommentare in dieser Ankündigung oder in der vorherigen an. Oben rechts wird das jetzt eingeblendet mit so einem tollen I. Also auch da könnt ihr dann eure Kommentare drunter schreiben. Wie gesagt, ich sehe das eigentlich überall. Ich freue mich immer über eure Kommentare oder über Daumen hoch oder so und bla und ja. Das ist natürlich schönes Feedback. Ihr könnt natürlich auch gerne Daumen runter geben, dann würde mich aber interessieren, warum euch dann etwas nicht gefallen hat. Also ihr müsst euch da auch nicht irgendwie naja, schlecht fühlen, wenn ihr mir halt einen Daumen runter gebt. Das ist halt so. Nur ich möchte gerne wissen, was ich dann verbessern kann, soll. Ich bin sehr kritikaufnahmefreudig. Gut, alles klar. Das war's. Ich will das Video nicht zu lang machen. Ich bin wieder da und ich freue mich auf DSA mit euch, mit meinen Leuten und ja, ich bin wieder raus.